Es ist schon erstaunlich, welche Technik sich an und in diesem Wagen befindet. Mit insgesamt sieben Kameras, neun Computern und sogar einem 3D-Scanner fährt der Ingenieur Stefan Tauber zur Zeit durch Frieslands und Wittmunds Straßen. Der Grund, damit erfasst er den Zustand aller Kreisstraßen. Durch die neue Technik sei es nun möglich, rein objektiv den Zustand zu erfassen. Und das geht so. Tauber fährt mit dem Spezialwagen etwa fünf Tage lang die Kreisstraßen ab. In Friesland sind das etwa 165 Kilometer, in Wittmund rund 170 Kilometer. Die insgesamt sieben Kameras machen automatisch alle 70 Zentimeter ein Bild. Die Kameras sind vorne, an den Seiten sowie oben auf einem Gestell befestigt. Sogar noch kleinste Fugen in den Straßen sind dadurch deutlich sichtbar. Hinzu kommt ein 3D-Scanner, der die Höhen und Tiefen im Boden scannt. Die Kameras sind vorne, der die Höhen und Tiefen im Boden scannt. Die Kameras sind vorne, der die Höhen und Tiefen im Boden scannt.